Guten Morgen, Sonntagsfrühstück, ich habe Brötchen aufgebacken, ich habe mir heute wieder einen Kaffee mit Milch gemacht und ein bisschen Käse und die üblichen Verdächtigen als Aufschnitt, äh Aufstrich, ja Butter ist auch noch da und dann hören wir uns später wieder, bis dann, ciao. Hallo, unser Abendessen heute, ein bunter Blattsalat mit Karotte und ein bisschen Weißkohl drin, ein Kartoffelsalat mit Gurke und Ei und ein Putenschnitzel und als Nachtisch habe ich hier noch einen Joghurt mit Blaubeer, ja das essen wir jetzt und dann hören wir uns morgen wieder, bis dann, ciao. Guten Morgen, ich habe mir heute seit langer Zeit mal wieder ein Müsli gemacht mit Honig, Haferflocken, Schokoraspeln und ja Haferflocken halt und das essen wir jetzt oder esse ich jetzt und dann hören wir uns später wieder, bis dann, ciao. Heute nur ein ganz schnelles Mittagessen, der Kleine isst gerade ein Brot und ich habe mir noch rote Beete genommen und noch einen Kartoffelsalat von gestern Abend, weil die Handwerker da waren und ja, das esse ich jetzt und ja, dann hören wir uns später, bis dann, ciao. Hallo, heute mal wieder, ich kann sie ehrlich gesagt nicht mehr sehen, aber es ist halt das Lieblingsessen von meinem Sohnemann, Spaghetti Bolognese mit Käse, das sind wieder Vollkornspaghetti und geriebener Imthaler, dazu gibt es einen gemischten Salat, ihr seht es ja, Blätter und Karotten, Tomaten, Gurken, alles mögliche drin, Joghurt-Dressing und ja, das gibt es jetzt zum Abendessen und dann hören wir uns spätestens zum Frühstück wieder, falls ich nachher nichts mehr nasche, aber ich glaube nicht, danach bin ich immer satt. Also dann, ciao. Guten Morgen, ich habe mir heute mal wieder einen Kaffee gemacht mit Milch, der bekommt mir relativ gut, wenn ich reichlich Milch rein tue und ja, es war gestern Abend ein langer Abend, ich habe mal wieder ziemlich viel erledigt, was ich noch zu erledigen habe und ja, jetzt ist es auch schon nach neun, gut, dass noch Ferien sind, aber muss auch mal sein, dass man richtig, richtig schön lange ausschläft und ja, ich war auch noch nicht im Bad, ganz ehrlich, das mache ich dann gleich im Anschluss, jetzt lasse ich nur erstmal den kleinen Frühstücken und trinke meinen Kaffee und dann gehe ich ins Bad und dann sehen wir weiter, ciao. Hallo, Mittagessen heute, wir haben noch ein paar Spaghetti Ballonese übrig und dann habe ich mir noch so ein paar Champignon Baguettes gemacht, da habe ich noch ein bisschen Käse drauf getan und ja, muss ja nicht unbedingt schlecht werden im Gefrierschrank, nicht, dass es Gefrierbrand gibt oder sonst was und wie gesagt, Spaghetti sind auch noch da, das essen wir jetzt und dann hören wir uns später wieder, bis dann, ciao. Unser Abendessen heute, ich hatte nur Kohlrouladen eingefroren und dazu habe ich einfach nur ein paar Pellkartoffeln gekocht, die Kohlrouladen hatte ich natürlich mit Soße, ich habe nochmal ein bisschen Salz und Pfeffer nachgegeben, ja, mein Besteck ist schon schmutzig, weil es waren zwei Kohlrouladen und eine davon habe ich einfach durchgeschnitten für den Kleinen, ich habe eine ganze und ja, das essen wir jetzt und dann lassen wir langsam mal den Abend ausklingen, also dann, ciao. Guten Morgen, heute habe ich mir einen schwarzen Tee gemacht, da hatte ich heute mal Lust drauf, bei uns hat es wahnsinnig abgekühlt, also wir müssen schon lange Teile jetzt tragen, also keine T-Shirts mehr, sondern langärmliche Oberteile, weil es einfach zu frisch geworden ist, sind jetzt um halb acht, gerade mal acht Grad draußen, ja, also so wie es ausschaut, kommt jetzt der Herbst in riesigen Schritten bei uns, also dann, bis später. Hallo, unser Abendessen, ähm, ja, ich habe halt heute noch ein bisschen Rosenkohl im Gefrierschrank gefunden, den habe ich mit reingetan, Karotten, Nudeln und von gestern waren noch so eine halb Kohlroulade da mit Soße, also kein Kohl mehr, aber das Fleisch, das habe ich mitgemacht und als Ohrenpott-Topf gemacht, dazu gibt es eine Johannisbärschorle, ja, also dann, ciao. Guten Morgen, ich habe heute einen Vollkorn-Tos mit Aprikosenmarmelade und Géramon drauf und, Entschuldigung, ich habe einen Schluck auf und dazu einfach einen Milchkaffee, ja, und das frühstücke ich jetzt, der Kleiner hat Tos mit Kirschmarmelade und Butter und ein Tee, also dann, ciao. Hallo, unser Abendessen heute, heute gibt es einen Kartoffel-Birnen-Auflauf mit Rotsch-Rabbit und ein bunt gemischten Salat mit Karotten, Gurken, Tomaten, verschiedene Blattsalate drin, Frühlingszwiebeln etc. Ah ja, ich habe noch in der Soße eine halbe Frühlingszwiebel gehabt, die habe ich mir noch mit darauf getan und ja, das essen wir jetzt und da freue ich mich jetzt richtig drauf und dann hören wir uns wahrscheinlich erst morgen wieder, bis dann, ciao.